Also die Kamanda Elena und der DJ Dan aus Hannover, die Kamanda Elena aus Köln, mega, mega organisiert, mega Party, auf unsere Wünsche eingegangen, jeder hatte Spaß, jeder wurde mitgerissen, auch die jüngsten Gäste, die Spiele, die Spiele, es war super geil, wenn wir Zeitpassungen umhalten, voll das berücksichtigt, war eine wunderschöne Hochzeit, und die beiden sind auf jeden Fall an jedem Weihnachtsmann stehen, mega, mega schön, also wenn die beiden nicht nimmt, hat selber Schuld, dann macht man fast im Leben, jetzt unsere Frau Hochzeit, ja.